Ich bin Crew-Mate, ich wohne Plesse. Nice, Chat Impostor zum Abschluss. Geil, Impostor endlich, Mann. Scheiße, endlich Impostor. Can you see Impostor? Oh, ich war nicht gut. Ups. Also ich finde, wer als erstes als Impostor lights ausmacht, dem gehört irgendwie der Penis abgehackt oder so. Hallo Bart, wie geht's noch? Komm Bart, wir machen das jetzt. Bart und Romatra, ein unschlagbares, gutaussehendes Duo. Da hab ich leider nichts mehr Bart, ich werd dich jetzt alleine lassen. Oh. Oh no. Oh. Okay, ich hab eine Frage. Ich hab eine Frage an Tim. Wierig. Ja. Warum hast du dich reportet? Wir sind doch, also du bist vor mir gelaufen, ich bin dir hinterher gelaufen. Ich hab sie nicht gesehen, Licht war aus, Alter. Wir sind doch beide da gerade hingerannt. Ja, ich war überrascht, bin da einen Schritt zurückgegangen und dann hast du sie reportet. Du warst einfach schneller. Ja, aber das glaub ich ihm, weil so einen Kill wird er glaub ich nicht machen, weil ich war wirklich, ich war kurz aus seinem Mini-Lichtkegel raus. Ich dachte erst, warum rennst du mir hinterher? Ich so, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Wer war grad mit mir Deacon unten? Wollt ihr euch wissen, wo ihr... Ich hab die Farbe verloren. Ne, ganz kurz, ich kann zwei Leute clearen. Wer war in Deacon? Oh, meine Güte. Ey, wer war unten in Deacon unter... Kann sich derjenige mal mute? Unter Asch und ich. Ja, okay, dann sind Max und Max... Max, Martha und ich waren gar nicht specimen, aber Max kam von links rein. Ach, Max kam von links rein. Ich kam von Lab rein. Ich hab grad die Runde aus Lab gemacht. Da kann ich ja nicht sein. Achso, bist du vor uns in der Liste überhaupt? Bist du vor uns in den Lab gewesen, Max? Bist du ganz am Anfang in den Lab? Ja, ich bin direkt rein. Okay, dann ergibt's Sinn. Dann waren wir alle drei Lab ohne. Okay, ja, dann waren wir... Dann sind wir... Ja, okay. Die Leiche liegt direkt vor in den Electrical-Raum, weil Tim und ich wollten grad zum Electrical-Raum reinlaufen. Tim ist vorgelaufen, ich bin da gelaufen. Aber mal laufe ich in die Leiche rein. Ich hatte Angst. Ich bin vor Unge weggelaufen, aber bin in die Leiche reingerannt. Ja, und da hast du nicht gefordert. Warum könnt ihr euch cover ein Quatsch mehr? Wir sind seit Rundenbeginn zusammen unterwegs. Ja, aber Tim... Also für den Kill kann sie es nicht machen. Ja, ich glaube auch nicht, dass Tim den Kill gemacht hat. Und als wir nämlich live-land waren, waren noch alle am Leben. Das heißt, die Leiche ist relativ frisch. Und das wird... Also es war so ein seltsamer Kill. Das würde ich als Support herausfinden. War sehr ulkig, ja. Bleiben nur noch... Bleiben nur noch Fleske und Chef übrig. Ja, ich war zusammen mit Mia und Crunchy und Hut. Tim, wenn ich jetzt sage, Unge Self-Report, was hast du deine erste Reaktion? Kann nicht sein, weil er war hinter mir. Okay. Und die Leiche... Also ich bin quasi in sie reingerannt. Ja, nur noch Fleske und Chef bleiben übrig. Ja, genau. Ich wiederhole mich. Ich stehe links unten. Ja, aber können die zwei das bestätigen? Ja, hoffentlich. Ich habe vielleicht kurz gesehen, irgendwo im Augenwinkel links. Aber wir sind weiter nach Kommunikation gelaufen. Ich glaube nicht, dass er... Na komm, wir bilden uns doch ein wilden Wort auf Chef, oder? Ich kann es nicht. Einfach Wort auf Chef, okay. Ich komme gleich aus. Ich war links unten. Wild? Ne, ne, er war nicht links unten. Alles, was sie sagen können, nicht links unten, weil wenn du links unten warst, dann kamst du gerade erst und dann kamst du zuerst aus der Richtung. Oh no, Chef Strobel. Oh nein, Chef. Letzte Runde und dann sowas. Hey, ich liebe es. Vor allem bei Max direkt so, komm, den gönnen wir uns doch. Pew, 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 pew. Flask hatte ich das auch richtig gelesen, da wird direkt auf Chef geschossen. Ich liebe es. Also manchmal macht dieses Spiel echt Spaß. Ich bin jetzt auch echt ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht wieso, ich muss mir... Kann ich mir morgen meine Kaffeemachine abholen, oder muss ich mir die... Hoffentlich ist die Schlange auch nicht zum Dank zum Abholen der Kaffeemachine. Ich habe gar keinen Bock, die Machine abzuholen. Gleich ist jetzt sieben Sekunden tot. Jo, ich weiß auch genau, wer es ist. Wer? Ja. Nenn es. Willst du dich selber stellen, oder? Nein, sagt Willis, komm. Hat es schon jemals geklappt? Ja, ne. Es ist Crunchy. Oh my gosh. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Nein. Ich sage euch warum. Nein. Speedrun. Okay. Nein. Es könnte auch sein, dass irgendjemand zufälligerweise genau in dem Moment, als Crunchy in der Dekantaminationskammer war, reingewendet ist, die Leiche direkt vor die Dekantaminationskammer hingelegt hat. Warte, stopp, wo ist... Und dann nach Crunchy... Also ich komme von unten, Crunchy kommt von oben, ja? Die Leiche liegt oben, also links von der Kante, die kommt von unten, ja? Ja. Und dann gehe ich raus und da liegt direkt eine Leiche Crunchy. Okay, aber warte, stopp. Und wenn die da sieben Sekunden liegt... Wie lange ist meine Dekantaminationskammer? Vielleicht ist es nur fünf, aber so fünf bis sieben. Ne, die Sache ist, also entweder ist es Unge selber, oder wir werden gerade geplayt, weil, warum soll ich da killen und dann nicht durch den Vent oder nach links gehen, anstatt in die Dekantaminationskammer... Die Ausrede hat Bart von auch schon benutzt. Ja, ja, hat auch nicht funktioniert bei Bart. Hey, hey, hey. Ich will nicht... Nein, ich will nicht raus. Okay. Lass mal skippen bei sieben, weil wir wissen nicht, ob Chefs du 100% safe war. Mir ist eben noch was eingefallen, auch. Lass mal kurz noch was skippen. Aber mir ist noch eine Sache eingefallen, und zwar... Ich root den Imposter. Äh, der Tim... Oh ne, mach nicht den! Ich wollte noch was sagen. Du hast zwar die Leiche nicht reportet, weil du dich gekillt hast, aber vielleicht hast du sie auch nicht reportet, weil du der zweite Imposter bist. Oha. Oha. Also ich muss auch sagen, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, das hört sich bei mir so an, als ob du mir auch irgendwie was so rein, vor die Füße legen willst. Vielleicht bist du auch der Zweite. I don't know. Aber wie kann ich die Leiche vor die Füße legen? Ich habe den Platz gemacht. Top, 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 top. Kann man das von hier machen? Nee. Kann man das von hier machen? Nee. Kann man das von hier machen? Ja. Oh, zum Glück könnte ich da wenigstens hoch machen. Der Button ist ein bisschen wild, oder? Ja, der ist wild. Der ist wild, Alter. Ja. Okay, kurze Frage. Der Kill ist ja auch relativ frisch. Ja, warum ich den Button drücke ist, weil der Kill gerade erst passiert. Also das weiß Max auch. Max kann den Kill nicht gemacht haben, weil der war gerade bei Lifeline. Ja. Er hat den Kill nicht gemacht, aber für den Button muss er eigentlich fliegen. Wo liegt der? Nein, nein. Also Max weiß, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Ich weiß, dass Max den Kill nicht gemacht hat. Aber jetzt fass mal auf. Crunchy hat eben so glaubhaft gesagt, dass sie den Kill nicht gemacht hat. Das heißt, es muss irgendjemand reingewendet sein. Oder Crunchy ist Schauspielerin und sollte zu Hollywood rüber gehen. Also Crunchy, wenn du jetzt Imposter bist, ich vote dich nicht, ne? Und ich werde dich auf die Hunde nicht gewoten. Okay. Crunchy war mit Mia das letzte Mal in Weapons, als ich gegangen bin. Aber vor dir war Mia. Wie lange war sie vor dir da? Die ist nach mir reingekommen. Und ich habe nur 10 Meteoriten abgeschlossen mit rausgelaufen, weil ich dachte, boah, wenn jetzt jemand killt, ich möchte bei 6 schnell noch die Zeit haben zu... Ich war mit meinen Meteoriten fertig, da war sie immer noch dran. Mia? Ich treffe mich mal nicht richtig. Ich treffe manchmal nicht. Das glaube ich, das glaube ich. Meteoriten treffen? Nein? Ja, Mann, es ist rein. Da muss man halt auch Zeit haben an der Stelle. Und Pulitzer hat nicht mehr Atmen-Info. Also... Ja, das finde ich auch doof. Einfach aus dem Team wollte ich den... Nee, oder? Hey, Max, was soll das? Aus dem Team. Was soll das? Ich drücke den Button, um uns zu retten, falls noch Chef falsch war. Ich glaube aber nicht, dass Chef falsch war. Also... Also... Ich denke, ich denke auf jeden Fall, dass Chef falsch war. Und deswegen ist der Button halt in meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht. Hä? Der Button ist doch dafür, dass wir jetzt die... Wir wissen doch sofort, wo alle jetzt gerade sind. Weil wir jetzt genau den Kill auf dem Button haben. Nee, wir wissen nicht, wo... Wir wissen nicht, wo die Leiche ist. Ja, wir wissen nicht, wo die Leiche ist. Das weißt du auch, Unge. Du bist gut genug dafür. Oh, da bist du der Imposter. Da habt ihr mich wohl nicht. Aha. Ja. Dann wortet ihr mich raus auf das Spiel gewonnen. Ja. Nein. Sollt. Na... Können wir auch irgendwie... Können... Unge, wir worten jetzt alle... Äh, Mia. Mia, du musst dich selbst worten. Mia, du musst dich selber worten. Dann ist... Ja, genau. Was? Ehre. Was? Irgendwer hat gelogen. Irgendwer hat einfach gelogen, dass er Unge wortet. Was? Irgendwer hat gelogen, dass er Unge wortet. Was? 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 Ich will mal kurz... Ich hab halt gedacht, ihr votet mich echt nicht. Und dann dachte ich, wenn ich mich jetzt nicht worte, dann glaubt ihr nicht mehr. Was? Ich wollte wirklich einfach nur 3-3 machen. Ich wollte nur 3-3 machen. Ich wusste nicht, was Mia's ist. Ich wollte nur 3-3 machen. Ich wusste nicht, was Mia's ist. Ich hab mal kurz... Ich hab mal kurz... Ich war mit dem Winkel gerade. Ähm... Ich war beim Stuckers nicht. Ich war beim Stuckers nicht. Ja? Ich war beim Stuckers nicht, ja? Ich war beim Stuckers nicht. Ich war beim Stsekten. Ich war beim Stuckers nicht mehr.